Vor wenigen Stunden hat eine Explosion den größten Bahnhof von New York weitgehend zerstört. FBI, keine Bewegung! Ich war das alles nicht! Die Verdächtige ist bewaffnet, verzweifelt, extrem gefährlich und gut ausgebildet. Top-Agentin. Wir haben ihr zu viel beigebracht. Oder Staatsfeindin Nummer 1. Das hat mir jemand angehängt. Ich muss die Wahrheit herausfinden. Der US-Serienhit in deutscher Erstausstrahlung. Quantico zum Start in Spielfilmlänge. Ab heute 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017